Hallo Leute, wir sehen hier den Voyager 4. Da steht er und zeigt mit der Kamera irgendwo nach da. So, ihr seht hier das Bild. Ihr seht hier das Bild auch hier drin. Alles nichts besonderes. Jetzt zoomen wir rein. Ich wollte euch einfach nur den Zoom mal richtig zeigen, hier mal auf der Messe. Nicht schlecht, oder? Das ist auf dem Monitor und wenn ich euch das so zeigen wollte, müsste ich jetzt hier mal so reinzoomen. Und da fokussiert meine Kamera natürlich nicht gut. Jetzt gehen wir mal da hin und drücken das hier. Und jetzt haben wir irgendwie so einen komischen Kram hier und da können wir die Zahlen lesen. Wenn ich jetzt mit bloßem Auge versuche, diese Zahlen zu lesen, das geht überhaupt nicht. Das heißt, ich muss so tief reinzoomen und ich habe nur 20-fach Zoom, um dieses Teil zu sehen. Was noch sehr, sehr spannend ist, guckt mal, da ist Monitor, da ist die Kamera. Wenn ich jetzt diese Kamera wackele, merkt ihr was? Da ist irgendwas stabilisiert. Da ist die Kamera wackelnd, aber das Bild wackelt nicht. Oder wackelt in einem viel geringeren Maß, als ob da ein optischer Bildstabilisator drin wäre. Also es kann sein, dass da ein optischer Bildstabilisator drin ist. Das ist doch abgefahren, oder? Das ist doch abgefahren, oder?